Hey, 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 hey! Abschraps, abschraps. Bist du denn schon jemals mit einer Kutsche durch Berlin gefahren? Nein, durch New York. Das ist natürlich besser, damit können wir nicht dienen mit dem Central Park, aber... Hallo, guten Abend, schön Sie zu sehen. Und Sie verraten uns nicht, was Sie von Ihnen machen. Es muss doch mal ein Wein sein. Wir haben gar keinen. Wir haben nichts dabei. Ja, trockene Gesellschaft. Wir trinken den später, wenn wir zurückkommen. Gut. Also pass auf. Der Grund, warum ich dich in dieser Artwork-Serie haben wollte, ist der, dass ich mit Künstlern spreche in Bewegung. Also in diesem Sinne Pantare, alles fließt, weil für mich Kunst Bewegung bedeutet und nie aufhört. Und deswegen finde ich es spannend, einfach irgendwo zu beginnen. Und wir beide wissen gar nicht, wo es hinführt, aber wir hören nicht auf. Und du als Künstler habe ich gedacht, wo reihe ich dich ein, weil du bist für mich ein lebendes Gesamtkunstwerk. Danke. Und ich habe immer das Gefühl, du bist immer so beschäftigt und alle Menschen wollen immer was von dir, dass es wirklich eine Ehre ist, dass wir mal 30 Minuten in dieser hektischen Stadt haben, wo keiner ein Foto macht von dir, keiner was von dir will. Keiner sagt, oh, Herr Weiß dies, Herr Weiß das und deswegen zapfe ich dich jetzt an, wie ein Schwamm. Zieh mir alles raus an tollen Dingen, die du zu erzählen hast. Und deswegen freue ich mich jetzt so auf diese Artfahrt. Ja. Von was fangen wir an? Was ich gestern und vorgestern oder was interessiert dich in meinem Leben? Oder Kunst, Musik. Ja, alles. Also erst, ja, was bedeutet Kunst für dich? Also ohne Kunst kann ich nicht leben. Da sage ich immer, da bin ich kein Mensch. Ich liebe natürlich Musik. Mein Lieblingskomponist ist Mozart. Ich liebe, meine Lieblingsoper ist die Zauberflöte. Künstler habe ich jetzt gerade, also ich finde den Rauschenbach. Kennst du Rauschenbach aus New York? Finde ich sehr cool. Ich habe Andy Warhol, die Haare, also was immer, aufgeschnitten. Die Perücke. Hast du ihn kennengelernt? Ja, ja, klar kenne ich ihn. Auch Rauschenbach. Ich kenne sehr viele gute Berliner Maler. Der Koberling ist ein fantastischer Maler. Salome. Also ich habe auch einen Salome, ich habe auch einen Koberling. Also ich sammle auch Kunst. Wobei ich Kunst kaufe, nicht nach dem Wert. Ich kaufe Kunst. Was dir dein Herz sagt. Ja. Ich liebe auch Störer. Jetzt kennst du Störer, der ist sehr berühmt. Aber der malt, da braucht man eine gute Gabe, um zu wissen, welche Botschaft er uns geben will. Also ich habe gerne Salome, der malt Rosen im Winter, Seerosen. Also ich liebe Monet zum Beispiel, aber so reich bin ich nicht. Warst du schon mal in Giverny, in diesem berühmten Garten? In Frankreich, oui, da war ich. Weil da war ich immer mal hin und das ist der Original. Ich weiß. Das muss so unglaublich sein. Und ich war auch in St. Paul de Vence, kennst du das? Das Lokal. Da haben alle Künstler wie Picasso, Monet, alle statt bezahlt, haben die Bilder gegeben. Wie so ein Salon praktisch. Ja, ja, und das ist ein tolles Essen, da isst man Rue de Tee, das ist auch Obst mit Dip und so. Und da ist ein sehr berühmtes Hotel, Colombe d'Or, merkt ihr das? Colombe d'Or, Sie haben es ja auf Kamera die ganze Zeit. Und wenn du verliebt bist, ein Traumhotel. Da habe ich Yves Montand noch kennengelernt und seine Frau, Simon Signore. Wie war denn Yves Montand? Der war sehr ruhig. Und was ich so spannend fand, wenn die gegessen haben, das saß 10 Meter weiter weg von ihr. Die haben mittags immer getrennt gegessen. Wir haben viele Fotos in Südfrankreich gemacht, deswegen waren wir in dem Colombe d'Or. Und das war sehr interessant. Und ich lief dann durch die Gänge und dachte immer, die Frau kennst du doch. Das war ein Simon Signore. Und das war natürlich ganz toll. Aber von der Kunst her, das ist einmalig. Also die Sammlung ist ein Traum. Nochmal, Colombe d'Or und in dem Garten. Ist auch schön. Weil das Interessante ist, dass, als du vorhin Warhol sagtest, der Mann, mit dem ich vor dir so saß, war in London, als ich jetzt gerade zu den Olympik-Star war. Und das war Alistair Thane. Und Alistair Thane hat das letzte Bild von Warhol gemacht, bevor er gestorben ist. Und Alistair war auch der, der das Bild mit der Blume gemacht hat vor Beuys Kopf, was ganz bekannt ist. Und er hat ein bisschen von Warhol erzählt. Und jetzt musste ich so, passt das so schön, weil ich sozusagen von dem einen, der ihn kannte, bin ich jetzt sozusagen für dir, der ihn auch kannte. Und irgendwo zieht sich Warhol. Du weißt, dass der Rauschenbach und Warhol auch in Berlin waren. Die haben im Campi gewohnt. Und wie hast du... Das ist das lange her. Und wann hast du... Ich wollte gerade sagen, wo hast du ihn kennengelernt? In New York. Da gab es Fotos. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Guck mal, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Der hieß Goldsmith, Gold... Goldsmith. Ja, ja. Ein sehr guter Fotograf. Hat ein wunderschönes Atelier. Und da war Warhol, dann war Mick Jagger. Und dann war die schöne Schauspielerin vom... Der May hat mir ein Bett im tiefen Meeresgrund gemacht. Wie hieß der? Der mit Herzog den Film gedreht hat. Der böse Schauspieler... Doch! Kinski! Natascha Kinski, ja. Ach, Natascha Kinski. Auch kennengelernt. Die ist wunderbar. Die sieht immer noch aus wie ein Mädchen. Die hat ja eine so zerbrechliche und gleichzeitig elfenhafte Schönheit. Das ist ja auch sozusagen das, was dich, finde ich, ausmacht als Künstler. Du machst ja Menschen schöner. Ich hoffe. Versuchst du es? Ich hoffe, ich versuch's. Aber ich habe heute was Schönes gehört. Wenn sie zufrieden sind, erzählen sie allen. Wenn sie nicht zufrieden sind, sagen sie es nur mir. Das ist dein Erfolgsprozess. Das sollte ich mir mal merken. Ja, das finde ich sehr gut. Und jetzt mache ich im Geschäft, lasse ich mir ein Poster machen und in allen Geschäften an der Kasse, wo dann drinsteht, wenn sie zufrieden sind. So eine gute Idee. Das ist psychologisch gut geschult. Wie hast du denn das geschafft, ein solches, das meinte ich ja mit, das Gesamtkunstwerk und Institution, also beides. Na ja, Kunstwerk weiß ich nicht. Na ja, du bist, doch, zum Beispiel, guck mal, ich habe ja, also wenn du jetzt, der Vergleich ist crazy, wenn ich jetzt Marilyn Manson nehme oder Daphne Guinness oder Johanna Klaus Kinski, also hier sind ja nicht nur für die Optik, da weißt du sofort, ah, der sieht so aus, aber du weißt auch, ah, der ist so. Und beim Udo, du bist immer, seit ich dich kennengelernt habe, und da kommt vielleicht eine Anekdote, die nämlich ganz, die, die mir meinen, also die ich am schönsten finde, wenn ich denke. Das war bestimmt in Paris. Nee, sondern ich habe dich zum ersten Mal gesehen, als ich mit 25 in Berlin war, weil ich erst ein paar Mal in Berlin hatte, irgendwie kam hier an und war auf dem Flomarkt und hab plötzlich gedacht, den kenn ich doch, unsere Händchen. Ich gehe jeden Sonntag auf den Flomarkt. Ich weiß, und seitdem, und wir waren dann auch mal zusammen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir waren immer zusammen. Und das Schöne ist, dass, also ich habe mal auch bei euch die Sachen, da hast du mir mal gezeigt, die du getrödelt hast. Ja, ja, ich mache das immer noch. Du trödelst. Jeden Sonntag. Aber ist Samstag besser oder Sonntag? Naja, Samstag haben sie noch frischere Sachen. Ist der unter den Straßenlisten? Ich gehe unter den Linden und dann gehe ich mittags anschließend, gehe ich an den Ferbelinerplatz. Da gibt es ein schönes Parkcafé und das ist ein kleiner Trödel. Und dann essen wir das Spiegelei und laufen einmal über den Platz. Und das Problem bei mir ist, ich finde immer was. Es ist furchtbar. Ich bin wie so ein Messi. Gott sei Dank habe ich nur Gläser und farbige Vasen und Morano, aber sonst wäre das schrecklich. Das sieht sehr eindrucksvoll aus, weil die standen bei euch, ich war noch in der alten Wohnung. Ich kenne ja das Haus nicht. Das ist ein Traum. Ich kann mich sehr gut vorstellen. Mit dem Licht. Aber woher glaubst du, wie kam das oder war das schon immer so? Ich wäre gerne Innenarchitekt geworden, aber meine Eltern hatten kein Geld. Ich wäre auch vielleicht Hotelfach, aber meine Eltern hatten kein Geld und da hat ein Freund gesagt, schick ihn mir mal, vielleicht gefällt ihm Friseur. Das hat mir sofort gefallen. Aber Innenarchitekt wäre mein Traum gewesen oder heute würde ich gerne ein kleines Hotel haben. Ja? Ein Hotel, jedes Zimmer anders einrichten. Es gibt in Paris… Das ist Christian Lacroix Hotel. Ja, und es gibt in Paris Le Deux, Le Deux Dac heißt das, jedes Zimmer mit Pacelet, mit guter Kunst und wie gesagt, ohne Kunst kann ich nicht leben und das wäre was vielleicht. Also solltest du irgendwas wissen oder sollte irgendjemand die Botschaft von mir kriegen, wäre ich begeistert. Ja, du könntest halt, ich meine das Schöne ist, beim Hotel kann man natürlich viele Einflüsse zusammenbringen, ne? Ja. Ich hätte da… Hallo. 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 Wie die Queen hier. Herr Walz, ja, er ist es. Ich stehe morgen gleich in der BZ. Ja, er ist es. Heute stand. Jetzt müssen wir einmal kurz innehalten und uns das anschauen, oder? Ja, ja, klar. Bist du denn, du bist schon mit Leib und Seele jetzt Berliner, oder? Ich bin nur Berliner. Ich will nur in Berlin leben. Ich kenne die ganze Welt, mein Traum ist nur Berlin. Guck mal, wie schön das aussieht. Du weißt, dass man aufs Dach kann. Von wo? Ehrlich? Ja. Du gehst hoch, hier an den Seiten ist eine Treppe und dann gehst du hoch aufs Dach und du kannst da oben unter dem Pferd aufrecht stehen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, aber der Müller, der es renoviert hat, der hat immer gesagt, da kann ich mal hochgehen. Du weißt ja, ich bin aufs Hollywoodsein geklettet mit meiner Art Angel Installation. Das war die Ausstellung in Berlin. Ach so. Jetzt hast du was gemacht, Udo. Kann man hoch. Weißt du, was als nächstes passiert? Kann man hoch. Ja, kann man hoch. Echt? Du kannst richtig an dem Wagen stehen. Aber das sieht doch nicht so aus, dass man da hoch kann. Aber müssen sie ja, wir müssen das auch putzen. Es ist auf jeden Fall immer wieder schön, oder? Ein Traum. Und da hinten ist ja dann, wenn du immer weiter gerade aufgehst, kommt hier der Knollmann. Ja, genau. Das ist mein Lieblingsknollmann. Auch wenn er ein bisschen groß ist und ein bisschen Tourimäßig geworden ist. Und da ist das berühmte Adlon. Schön. Also ich finde das einer der schönsten Plätze in Europa. Ich finde auch den Gendarmenmarkt finde ich auch so schön. Finde ich auch einen schönen Platz in Europa. Weißt du, was mir in Berlin so gut gefällt? Es ist wie in Berlin. Grüß Gott. Bitte? Ja, mach schnell. Wenn Sie schnell genug sind und dabei laufen. Mensch, komm. Danke. Gerne. Ich sag ja, du bist eine lebende Institution. Berlin ist ja wie ein Flohmarkt und es liegen alle Schätze auf der Straße. Also die guten wie die schlechten. Weißt du, es ist immer irgendwas zu finden. Ich denke ja immer, dass ich was Tolles finde. Also ich habe einen Freund, der hat ein ganz berühmtes Lito gefunden von einem ganz berühmten Maler. Rote Zeichnung, eine Federzeichnung. Hat er auf dem Sperrmüll sogar gefunden. Von der Tür. Ist das echt oder? Ja. Krass. Krass. Ich wünsch mir auch immer irgendwas, wo noch in der DDR irgendwelche Geldschätze eingenäht sind. Dass man mir richtig Glück hat. Aber was auch Tolles ist und zwar, ich bin ja mittlerweile immer so die Hälfte in L.A. Es gibt da einen Irreladen, wo sie... Es ist ein riesen Arsenal auf der La Brea Avenue, wo sie nur so alte Filmrequisiten. Weißt du? Und so 30er Jahre und... Oh, schön. Ich musste ein Bild schicken, du flipst aus. Also da... Bist du gerne in L.A.? Ja, das ist lustig, weil durch diese Art Angel-Institution von mir, die habe ich eben dort begonnen. Hallo! Und durch dieses Conquering, durch dieses Klettern des Hollywood-Sites und durch die Performance... Ach, es ärgere mich, dass ich nicht da war. Dass du nicht da warst, ja. Aber deswegen, du kommst zur Ausstellung in L.A. Machen wir es so. Es ist nur ein bisschen weiter. Es ist zu weit. Aber der Nächsten in Berlin. Ja. Aber das wäre auch eine schöne Frage noch. Weil ich bin ja ausgebucht, bis Ende des Jahres habe ich jeden Tag minutiös... Das war eine Ehre jetzt, dass du... Nein, das ist keine Ehre. 20? Nein, das mache ich gerne. Aber ich bin minutiös ausgebucht. Aber ich bin unkompliziert. Wir haben gerade gesprochen. Ich bin einer der Menschen, der nie Stress hat. Das stimmt. Ich kenne das Wort Stress nicht. Ich bin stressfrei. Also ich kann nicht immer Herzinfarkt vom Stress. Ich bin immer... Ich ruhe in mir selber. Und ich gebe jetzt dir ein Geheimnis, weil du noch ein junges, schönes Mädchen bist. Das Glück, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich mache das nicht abhängig, ob ich einen Partner hätte oder habe. Ich bin mit mir glücklich. Meine Umwelt macht mich glücklich, aber ich könnte auch ohne. Also ich könnte auch Eremit sein. Aber glücklich ist man... Also wichtig ist, dass du mit dir alleine glücklich bist. Nicht, dass du sagst, ich habe keinen Partner, ich bin traurig. Muss man nicht sein. Also ich finde, das Glück ist abhängig von dir selber. Schöner Satz. Ja. Also das Glück sozusagen in einem selber leben. Ja. Muss ist ganz wichtig. Wie würdest du denn deinen Ort der Geborgenheit definieren? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wo fühlst du dich am meisten geborgen? Na, ich fühl mich am meisten geborgen, wo Freunde sind. Eigentlich wo Freunde sind. Ich könnte mir vorstellen, wo ich mich geborgen fühlen könnte, was ich aber nicht machen könnte. Ich könnte mir vorstellen, ich liebe die Berge. Ich könnte da eigentlich wie Heidi. Kennst du Heidi die Geschichte? Ich johle aber jetzt nicht. Nein. Aber so könnte ich leben mit vielen Tieren. Also ich träume mit vielen Tieren. Ich habe zwei Hunde. Ich könnte mit Esel, Ziegen und so. Die hätten sie mitnehmen können, die beiden. Ja. Auch Lola würde das lieben. Also ich träume. Ich könnte in den Bergen leben. Oder in so einem schönen alten Berghaus. Also in der Natur. In der Natur. Ja, da fühl ich mich geboren. Jetzt lebt der ja auch ein bisschen in der Natur. Ganz schön. Und vermisst du denn die Staaten? Überhaupt nicht. Alle haben gesagt, das passt nicht zu dir. Ich liebe das Haus. Ich liebe alles. Wollen wir den Schirm mal aufmachen? Können wir ja auch mal machen. Das wäre nämlich ganz pitsche-patsche nass. Nee, aber ich bin ein glücklicher Mensch von Natur aus. Und ich sage immer der liebe Gott hat mich gut bestrahlt. Gestrahlt und nicht gestrahlt. Ja, das ist interessant, weil ich, das wusstest du wahrscheinlich gar nicht, ich habe zehn Jahre lang von 20 bis 30 ein Projekt gemacht. Ja, wusste ich nicht. Und das hieß, what's your place of protection? Da habe ich auf jedem Kontinent der Welt, jeden Menschen, den ich finden konnte und der offen war und der tief wie du diese Frage gestellt. What's your place of protection? Also nach Geborgenheit und wo man sich zu Hause fühlt. Und dann habe ich alle Antworten zusammengepackt und habe eine ganz große Videowand gemacht. Ja. Das ist das, was jetzt in die Villa Siemens kommt. Ach schön. Aber das ist schwierig. Manche Leute sind ja abhängig, wie ich sagte, von einem Partner. Aber ich bin, ich fühle mich geborgen. Ja, auch in meinem Haus jetzt mit den Hunden und so. Also ich sage, das Leben ist schön, aber ich fühle mich auch geborgen, wo Freunde sind. Aber was interessant ist, dass in allen Kontinenten, jedes Kontinent eine ganz gewisse eigene Interpretation hat. Das heißt, in Indien sagen die Menschen, dass der Tod die Geborgenheit ist. Oh Gottes Willen. Ich will lange leben. Und in Amerika ist es eher kommerziell, dass es so gewisse Statussymbole sind. Weißt du, so my house oder like my car. Ist nicht. Ich hänge eigentlich an nichts. Ich hänge an meinem Hund, an meinem Partner. Und an dir, wenn du sagst, dass du dich selber... Ja, ich bin glücklich. Ich habe eine Freundin, eine sehr gute Schauspielerin, Janett Hain. Kennst du die? Die hat den schönen Film Proll gemacht. Die sagt immer, ich habe einen Koffer, wenn ich packen muss, sonst habe ich nichts, was mir gehört. Das ist toll. Vor allem, ohne Ballast reist man auch viel besser. Aber vielleicht lernt man das auch im Leben, was man vielleicht am Anfang noch nicht so weiß. Ich bin ein Sammler. Ich will haben, haben, haben. Bei Odo wird es mit einem Koffer echt schwierig. Ja. Und es ist echt... Ich will haben, haben, haben. Nein, aber ich glaube, vielleicht ist es ja auch so ein Protection-Ding. Also du hast ja auch zum Beispiel dieses Glas sehr schön inszeniert bei dir. Ja, schön. Und du hast ja auch wirklich Freude dran. Und ich glaube, was nicht, was schade wäre, ist, wenn du, wenn du kaufst und kaufst und kaufst und guckst es gar nicht mehr an. So wie mit Kindern, die zu viel Spielzeug bekommen, die wissen gar nicht mehr. Ich sitze in meinem Esszimmer und ich habe oben an Fenstern, habe ich die blau, rot, grüne Gläser. Ist so toll. Schön. Und dann kommt die Sonne rein und dann siehst du verschiedene Farben. Das ist schon toll. Also Parzellfarben. Ja. Schön. Ist schon toll. Und was sind jetzt noch so die nächsten Projekte und Ziele und Träume? Also ich würde gerne, aber das haben mir alle Leute abgeraten. Damals, als in Haiti das große Beben war, hätte ich gerne ein Waisenhaus aufgemacht. Haben mir alle abgeraten, aber ich habe zum Beispiel fünf HIV-positive Kinder in Afrika. Und da arbeite ich jetzt dran, dass ich auch mal hinfahre. Dann habe ich ein Tierheim, bin ich Schirmherr. Und dann bin ich für MPS, für die Krankheit Muskelschwund, bin ich der Schirmherr geworden. Das hatte Anja Kling. Also ich habe gut zu tun, aber wie gesagt, ich bin nie überlastet, ich bin nie überfordert. Ich mache immer so und sage, es ist, wie es ist. Und glaubst du, dass die, zum Beispiel, du machst jetzt wahnsinnig viel Schauspielerei. Ja. Glaubst du, dass auch die Arbeit dich so, weil du bist so kommunikativ und ja auch rhetorisch, einfach toll? Ja. Also man muss ja manchmal üben und machen und tun. Ja. Aber bei dir, wir könnten jetzt die ganze Nacht hier fahren. Ich würde dich entertainen. Ja genau. Am Schluss würde ich singen. Eigentlich muss ich gar nicht machen. Eben gehen alles von selbst. Am Schluss würde ich singen. Oh Baby, let me entertain you. Genau. Im Regen. In Berlin. Ja, wir können ja ein Singing in the Rain. Ja. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass ich dir, vielleicht lernste was, vielleicht habe ich dich was gelehrt. Aber du bist ja auch ein glücklicher Mensch. Außerdem siehst du gut aus. Du bist intelligent. Wir haben in Paris, wir waren aber zusammen in Paris. Das weißt du. Das war ein schönes Wochenende. War ein schönes Wochenende. Aber inkognito waren wir doch eigentlich da. Ne, mich haben Leute da erkannt. Weißt du das? Die haben dich immer angerufen, ich weiß. Ne, auch wir waren abends. Wo war denn das? Ich war mit Sabine Christiansen da und da haben die deutschen Touristen gesagt, was machen sie denn hier? Ich habe gesagt, na ja, warum soll ich denn nicht nach Paris? Stimmt, stimmt. Ja, jetzt weiß ich wieder. Es war ein tolles Wochenende. Paris. Paris ist auch eine tolle Stadt. Das wäre meine zweite Stadt. Nach Berlin würde ich Paris. Ich habe mir schon überlegt, wenn ich mal in Rente gehe, aber ich bin ja erst 68. Wenn ich in meine Rente gehe, würde ich mal drei, vier Monate in Paris leben. Schön. Und Rieft-Wald oder Rieft-Gosch? Oder egal. So, dass ich wie Sabine Christiansen den Eiffelturm sehe. Der ist ja immer beleuchtet. Hast du das mal gesehen? Der macht so Tinkerbells, Sparkles. Das wäre auch toll, nochmal eine Performance mit dem Eiffelturm zu machen. Ja. Da überlege ich auch die ganze Zeit. Finde ich ganz toll. Leider spreche ich nicht Französisch. Und ich finde, manche Franzosen sind ja sehr chauvinistisch. Aber die Jugend, die kann jetzt Englisch sprechen, das ist schon viel wert. Früher haben die Franzosen ja nur Französisch. War sehr unhöflich. Wenn es Frankreich ohne die Franzosen gäbe, dann wären die da auch unhöflich gewesen. Ja. Die waren sehr unhöflich. Nein, aber ich glaube, dass man, ich meine, es ist ein großer Luxus, glaube ich, auch wie dankbar man sein muss, wenn es einem wirklich gut geht. Ja. Aber weißt du, deswegen tue ich auch so viel Gutes, weil ich eigentlich ein schlechtes Gewissen habe und das hilft mir ein bisschen und deswegen tue ich viel Gutes. Vielleicht ist es ja auch so, es gibt ja diesen schönen englischen Satz, if you make your passion your profession. Ja. In deinem Fall habe ich das Gefühl, da ist alles 100% authentisch. Du machst, was du liebst und liebst, was du machst. Ja, ja. Ja, was hätte ich noch gerne? Also ich hätte gerne ganz, ganz viele Tiere. Und dann hätte ich aber gerne, weil ich ja ein bisschen faul bin zu Hause, ich brauche dann Hilfe, zwei, drei Hausmädchen. Also schon ein bisschen Luxus, ne? Vor allem, das war doch jetzt auch Luxus. Stell mal vor, wir hätten jetzt 30 Minuten lang durch den Regen geschehen. Aber du weißt, ich bin ja, regnet es noch? Ich bin ja, wie heißt das? In New York, warst du mal in New York mit der Kutsche? Ja, im Central Park. Das ist doch schön, ne? Und ich bin eingestiegen im Plaza Hotel und Alba rumgefahren. Ich hatte, das war ganz lustig, der hat auch irgendwas gesungen, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Irgend so ein amerikanisches, auch von Frank Sinner. Ach ja, genau. One day you will make it. Nee, wie heißt das nochmal? New York, New York. New York, of course. Ach, die Pferdchen. Gehen die jetzt schlafen? Die haben Feierabend, oder? Wo gehen die in welchen Stall? Wohin? Genau, wir steigen jetzt ja aus. Wir sind ja jetzt da. Wo steigen wir aus? Ich glaube da auf der Seite. Also wir trinken jetzt was. Ja. Und ich nehme, weil wir gerade das mit dem New York, New York, von wegen diese Stadt, gesagt, if you make it there, you can make it anywhere. Und ich habe ein Bild gehabt hier in der Ausstellung in Berlin und das hieß, one day you will make it. Und das hat mich auch an dich erinnert. Und das finde ich ein schönes Statement für dich. Ja. Jetzt habe ich eine Gegenfrage, habe ich es gemacht? Du machst es immer noch. Du kannst es nicht lachen. Ich küsse ihre Hand, Madame und den Götter da. Es war schön. und das hat sich nur wie eine entertainer posture auf der Schule fängt man respectful und nach seiner Stelle vor 빠ßt. Ich habe es nicht nur gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020